Das ist mein neues Buch, es heisst die Paartherapie und es tut anders als der Bestseller Single in 365 Tagen, das ja das erste Buch war, erklären, wie man ohne grossen Aufwand zu einem Handicap von 18 kommt. Das ist keine grosse Sache, aber klar, ein bisschen trainieren muss man natürlich, Golfstunde nehmen muss man und vor allem muss man mitdenken. Das Buch erklärt, wie man mit ein bisschen Strategie besser Golf spielen kann. So, ich zeige es euch mal vor, wie das da jetzt geht, ein aktueller Problem, wie man das machen kann. Das ist jetzt natürlich eine blöde Lage da, aber ich kann schon mal zeigen, wie man das macht, da muss man halt mit Verstand erinnern, nicht einfach drauf losballern, sondern ganz fein, mit viel Gefühl, einfach da jetzt, wenn wir auf die andere Seite machen, mit viel Gefühl, spielen wir einfach den Ball. Ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen, aber das Buch ist wirklich ein Knöller. Eher Wort, ich würde es kaufen, für mich hat es extrem viel gebracht. Ja, das ist eigentlich schon sehr süß. Kerle Baumart Untertitelung des ZDF, 2020